Der Zöllner stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 13. Jesus erzählt diese Geschichte vom Pharisäer, der im ersten Teil der Geschichte vorkommt. Und das ist der, der in den Tempel kommt, in Gottes Gegenwart und sagt, Gott, du musst echt so froh sein, mich zu haben, weil ich so toll bin, so geistlich, so ich bete, ich faste, ich gebe den Zehnten ganz genau. Ich bin nicht so wie dieser Pöbel, der dich nicht kennt. Und da steht am Rand dieser Zöllner, der moralisch, geistlich, höchst fragwürdig war. Aber er erkennt seine Stellung vor Gott. Er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, das ist der, der bei Gott anerkannt ist, der gerechtfertigt nach Hause geht, in den Worten von Jesus. Also vor Gott als gerecht dasteht. Weil er sich nicht auf seine eigene Gerechtigkeit verlässt, sondern auf die Gerechtigkeit Gottes, auf seine Barmherzigkeit. Ja, heute sagen wir, weil wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, deshalb können wir mit Zuversicht kommen vor den Thron der Gnade. Nicht, weil wir schon so lange dabei sind, weil wir so tolle Sachen machen im Reich Gottes. Oder, ja, weil wir so fromm sind. Und wir brauchen diese Erinnerung. Und ja, das ist nicht das Höchste, was du über, wenn du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du zu ihm gehörst, dann ist deine Identität im Tiefsten nicht mehr, ich armer Sünder, sondern ich bin geliebtes Kind Gottes. Ich bin Sohn, ich bin Tochter, ich bin angenommen, ich bin Erbe. Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ja, das ist der Punkt im Epheserbrief. Also alles, was ich habe, was ich bin, ja, ich habe eine neue Identität. Das will ich betonen. Ich krieche nicht nur auf dem Teppich oder unterm Teppich rum, aber all das, weil Christus für mich gestorben ist, weil er mich angenommen hat. Nimm das Opfer Christi für dich weg, nimm seine Gnade weg und du bist ja wirklich nur dieser arme Sünder, der nichts zu bieten hat. Auch nach 30 oder 50 oder 100 Jahren Nachfolge gibt es nichts, wo du vor Gott stehen könntest und sagen, das habe ich aber gut hingekriegt. Nein, du kommst mit leeren Händen, außer er füllt dir die Hände und das macht er gerne. Also wir lassen uns beschenken, wir ergreifen die neue Identität, die wir haben in Christus. Aber wir vergessen nie all das wegen Christus, wegen seines Opfers, wegen seiner Liebe und nicht ohne ihn. Und Herr, wir danken dir, dass du dich hingegeben hast, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir Leben haben. Und danke, dass du diese Demut siehst und sich darüber freust, wo Menschen erkennen, da wo wir erkennen, dass wir nichts zu bringen haben. Da machst du uns reich. Und da wir denken, wir haben schon alles, da bleiben wir arm. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Danke, dass du uns an der Hand nimmst und hochziehst auf, ja, in deine Herrlichkeit. Und dass wir zu dir gehören in Ewigkeit. Amen. 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 Amen.